Hi, Interchange. Alles wie gehabt. Gleiche Rüstung, gleiche Ausrüstung wie im letzten Raid. Los geht's. Oh, die AK, die spielt sich aber gut, die fühlt sich echt nett an. Das ist cool. Das hat gerade richtig Bock gemacht gegen die Scaffs. Das Scope ist, könnte ein bisschen, ja, so ein 1,5-fach oder ein 2-fach wäre cool in manchen Situationen. Joa, ich brauche immer noch Kekse und ein Maßband. Let's go. Heute Nachtschicht. Genauso grausig. Ich glaube, ich hätte jetzt hier auch durch das Parkhaus gehen können. Wäre wahrscheinlich der bessere Weg, als jetzt bis da nach vorne zu rennen und dann wieder... Ich weiß auch nicht. Aha, guck mal an. Du bist ein PMC. Holy shit, da oben. Alter. Einen habe ich erwischt. Das sind drei Stück. Lauf schneller durch den Busch. Jetzt hätte ich gerne einen Scope. Ist einer nicht gerade runtergekommen? Ist einer nicht gerade runtergekommen? Ja, da. Shit. Die suchen sich einen anderen Winkel. Oder haben gleich einen anderen Winkel. Ist der immer noch da? Ja. Ah, da hat er mir den Arm gesnackt. Da waren nochmal zwei, die nach rechts gerannt sind. Zwei links, zwei rechts. Dann sind es vielleicht doch fünf in dem Fall. Ich habe halt keinen Scope jetzt für die Entfernung. Das ist sehr ärgerlich. Seid ihr immer noch da? Ja. Wie sieht es mit euch da oben aus? Das war glaube ich ein Scope, der da geredet hat. Dann waren das vielleicht zwei Scaffs und da hinten die PMCs. Die sollen mal gegeneinander kämpfen, ey. Und nicht auf mich losgehen. Lol. Das ist keine gute Stelle dafür. Hier ist gut. Dauert halt. Aber lieber mache ich es zu oft, als dass ich es zu wenig mache. Magazine nachladen. So, ich muss nach oben. Ich muss irgendwie nach oben. Und brauche immer noch dieses dämliche Maßband. Okay, keine Ahnung. Okay. 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 Das war's für heute. Ich dachte, die spawnen hier nicht. Hä, wo ist er hin? Der stand doch gerade in... Das gibt es ja gar nicht. Was ist das? B.S. Kann die was? Nur schnell prüfen, ob da vielleicht nicht doch irgendwo einer rumgammelt. Ah, das ist Mist hier, ich mach mal meine Beinchen noch heile. Braucht viel zu lang für den Unfug jetzt hier. B.S. Büro über mir, okay. B.S. Jetzt stehen 100 pro stehen doch da jetzt noch diese PMCs rum, oder? B.S. B.S. Scheinen weg zu sein, aber hier oben war noch einer. Prüfen, ob sie wirklich weg sind. B.S. 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 Vielleicht waren es auch keine PMCs, kann natürlich auch sein, da hinten rennt noch ein Scaf rum. Was?! Der Helm hat's getankt. Ein PvP-Team, ein PvE-Team, ja, stimmt. Käpt'n Clappy, hi. Grüß dich. Ach, Leute. Er hat sein Helm einfach getankt. Oh, shit. Ich hab' euch gesehen. Sind sie doch zu viert oder zu fünft, ey? Da sitzen sie alle gemeinsam. Ihr Schweinebacken. Ich brauch' doch nur ein Maßband. Maßband. Nein, Duct Tape. Maßband. Spirale. Nein. Ich glaub' einen von denen hab' ich erwischt, ne? Bist du ein Maßband? Ne. Es ist mir jetzt grad' auch vollkommen egal. Ich hab' gar keine Zeit mehr für... Unsinn. Ich such' nur ein Maßband und Kekse. Mehr will ich auch gar nicht. Die PMCs hätt' ich wegklatschen können, ja. So'n bisschen mehr mit denen noch spielen, aber... Das Risiko wollte ich jetzt auch nicht eingehen. Ey. Stirb. Sag' mal. Könnten Sie bitte draufgehen? Danke. Ja, es wird Zeit, dass PvE lokal läuft, wenn man Solo spielt. B.S. Kann die irgendwas? Ist die gut? Weiß' ich nicht. Das dauert jetzt. Mal wieder. Viel zu lang. In den Kopf tötet mit B.S. Ja. Außer der Helm tankt. So wie bei dem PMC da vorhin. Oh man, wie lang er braucht. WTF? WTF? Er muss doch direkt hier sein. Meine Fresse. Warum sterben die jetzt gerade nicht? Danke. Das ist ne saublöde Stelle hier zum Nachladen. Vor allem, weil das einfach so lange dauert. So viel Moni... Was ist mit den Sounds hier los? Meine Herren. Ich kann nix machen. Schon wieder kein Dingens gefunden. Kein Maßband. Jetzt versuche ich nochmal ganz schnell. Die Kekse zu finden. Jaja, alles gut. Kommt der mir hinterher? Oh, das ist Killer. Oh shit, nein. Ah, zu spät reagiert. Aber ich war hinter der Ecke. Er hat einfach durch den... Er hat Vollgas durch die Absperrung geballert und mich gekillt. Ahhhh. Ich wollte noch auf seine Füße schießen. Mhhh. 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 Ärgerlich. Okay, der erste Kill, den ich da gemacht habe, das war kein PMC leider. Obwohl die da mit den Scavs zusammen rumgerannt sind. Das ist im PvE wirklich... Mhhh. Schade. Wirklich, wirklich schade. Es geht auf Wurz, nachdem ich im letzten Raid von Killer zerlegt wurde. Okay. Ähm. Ich kann dort die Sachen auch finden. Ich versuche ins Medical Camp zu kommen und dort Kekse zu finden. Außerdem muss ich sowieso 20 Scavs auf Wurz erlegen für Prepper. Ich denke, ist eine gute Entscheidung. Schauen wir mal wie es läuft. Das nehme ich mit. Eine SKS dieses Mal. Und... Let's go. Oh nee. Es regnet. Es regnet wie Sau. Ach du Scheiße. Ähm. Ich habe immer wieder Orientierungsprobleme. Wo ich auf Wurz spawne? Wo zum Teufel bin ich? Hä? Da hinten sind Minen. Da will ich nicht hin. Ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung. Ich weiß nicht wo ich bin. Hahaha. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ah. Scavhaus. Okay. Alles klar. Let's go. Outskirts. Ja. Okay. Das heißt. Gehe ich oben rum oder gehe ich unten rum? Ich gehe am See entlang. Im vollen Piss, ey. Wow. Hier können PMCs sein direkt. Selbst wenn ich hier gespawnt bin. Really? Der zum Beispiel. Outskling 멤�ocON … Ist er jetzt umgefallen oder hat er sich wieder hingelegt? meine güte hier ist direkt was los und dann bei dem Piss man hört nichts ein bisschen weniger Regen wäre echt geil ich kann nichts wahrnehmen ob irgendwo einer kommt ich würde den gerne looten oh hi okay da haben wir den erwischt der war fuck meine Fresse was ist hier los die sehen natürlich auch tausendmal besser durch da auf der Straße ich habe sie gesehen Junge alter okay vergiss es ich brauche ein besseres Scope für Woods das hat so keinen Wert ah man GG meh und das erste beide waren nur Scavs ich dachte der erste war vielleicht vielleicht doch ein PMC aber nein ja ich würde sagen der Raid ist definitiv hinter dem Raid auf Interchange gelandet danke fürs Einschalten bis zum nächsten Mal tschüss